nur wir beide das alles gemacht ohne professionell studio oder so 1a häppchen bei volt 76 ja lassen lassen mich nur eine waffe hier verwursten und dann komme ich zu dir ja ich bin schon da ja alles klar wollen wir in ein team wäre vielleicht ganz cool ja das ist die scheiße gerade ich weiß ja warte mal die verwurste ich erstmal ich kann durch ins team einladen was muss ich überhaupt machen bei andererseits hätte ich mir jetzt doch denken können dass quincey das auch hat wir müssen alle fücher töten in der vorgegebenen zeit aber das aber witzigerweise ist das jetzt schon mehrmals mit neo und lexi fehlgeschlagen also du musst da echt zügig die dinge killen ich bin dabei hier einfach nur jetzt den spieß zu drehen ach so du bist ach so du bist bei fleisch habe ich dachte du bist bei 1a häppchen dieses mit den nebelkriechern und alle dann habe richtig ja da komme ich auch hin sofort ich muss nur eine waffe ablegen ich bin viel zu schwer wieder viel zu fett jedes mal nicht fett der füche immer fett waffen sind nämlich kaputt scheiße auf neue musik von quincey warte ich auch sehnsüchtig ja das ist ja cool so das haute was spielt hier ja du musst mir helfen ja ich komme jetzt sechs minuten lautet noch ok aber du bist bei fleisch aber nicht 1a häppchen ja ein grämmes fleisch aber sorry tut mir leid kein problem alles gut ach macht macht sich nichts raus das hat super funktioniert ich meine wir haben die drei raketen gezündet ich bin super zufrieden ganz ehrlich ich dachte weißt du was ich dachte der beschadete code wird falsch sein das kann ja auch passieren was irgendein zahlendreher ja ja und dann feierabend weil ich mal ganz ehrlich was sagen was heute passiert ist erzähl ich war ich hatte mit neo da oben und dem hamster das war für mich nervig der grund war der ich hatte die ganze munition alles da reingepackt hatte den miteinander im team gehabt dann fiel zu mir ein ja ich trete so und ich dann schalte und das kannst du ehrlich machen der geht da oben hin weil er sich versteht bedient sich und dann ist der ganze kram daraus weißt du ja und dadurch hatte ich wieder alles verbaut ja mit mit neo und ja wie das eben so ist naja und dann muss ich alles noch mal wieder neu machen natürlich nicht hin gehauen jetzt habe ich den bauplan dafür jetzt kann ich diese leitung bauen ja und das muss gehen und er hat ja recht gehabt aber ich konnte es nicht so weil ich logisch rangegangen bin ich denke natürlich eine leitung setze hier unten da muss das doch auch gehen das ging natürlich nicht weil es aber ich kann das voll tasten beste ich kenne das ja ich kenne das von mir aus wenn du was machen möchtest und das funktioniert nicht so wie du möchtest das ärgert ein selbst ja und darum habe ich so lange rumgebastel und neo sagen wir mal machen läuft noch vier minuten wir müssen es schaffen können also könnte hin hauen hier wenn die jungs sich bemühen ist gleich das letzte steak da das sieht gut aus ja ich gebe ich auch klären hat hat geklappt ja sehr gut grillmütze habe ich gekriegt grillmeister wird zum augen fappen und 814 ep hat spaß gemacht war doch lustig sehr schön ja damals mal was erholsam ist es genauso wie dieses andere weißt du ja ja das stimmt ach guck mal alfred ist kein skorpion mehr alfred judokus quark kennst du den sicher warum ist er denn so fröhlich sag mal jetzt habe ich einen untoten zwerg gemacht ich habe so begleiter halt den habe ich alfred genannt nach dessen wegen ich habe gar nicht mehr viel ein millimeter ein millimeter bin auch dann bin ich level 94 sehr gut bist du level 194 war ja 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 gut spiel hier hat sich eine exodus 1989 genannt hey geile band geile das habe ich gespielt aber ich habe noch mal meine bilder reingemacht ja richtig ja hast du gemacht aber schon lange her deswegen habe ich voll vergessen wisse viele haben es auch nicht so ganz präsent dass ich eigentlich schlagzeuger bin weil da steht auf meinem steam profil ich erwähne das entschied so habe ich reinkam aber übrigens ich beschlagszeuger denken die leute ich habe da schaden was aber hast du gar kein dachschaden ja nur ein bisschen den habe ich ja auch was soll ich schon sagen wir haben alle sachen sänger ja ich finde es geil ich habe dann die sache noch reingehört ja das war also noch mal zum abschluss mir hat das ich hatte mit neo da oben das war ich war genervt ich war genervt ist auch leid aber ich habe mich so weil ich morgen morgen ja heute mit meinem auto und das ist so sondern wie gesagt hier die fangen und auch ich bin so bisschen genervt im moment dann wieder wochenende nachtschicht und dann hatte ich die hütte fertig gab es hat funktioniert auf einem zweiten wege und dann bin ich daran gegangen denn das musst du doch noch mal hinkriegen und das ging natürlich nicht so einfach naja oder war neo genervt von mir logischerweise das habe ich gemerkt er hat mir das mal nicht so direkt nichts gesagt aber ich konnte ihn auch verstehen hast du naja klar aber manchmal ist es im geben ja das ist eben dass wenn du privat auch noch genug an der hacke hast ne ja klar auf jeden fall so das ist geil ach ja rüstungswerk waren jetzt kann ich mich hier noch mal hinstellen das ist cool das kann ich ja wussten rechter arm kann ich verkaufen könnte das gleich an graben verkaufen ja da nimmt doch auch andere ja klar handelt der gleiche macht macht das ist gut was du mir dafür bietet eine neue grillmeister mütze habe ich und ihm gekriegt ich habe sie mir verdient wie verbrennt man ganz schnell 3000 kalorien indem man den kuchen im ofen vergisst ja ich habe ein paket bekommen wie früher weißt du noch diese panini päckchen ja das ist auch so mit den karten und so ich habe immer diese basketball karten gesammelt und diese wrestling karten ich habe so viele davon gehabt keine ahnung wo das ist er sei super lange naja naja ja so redet man über seine jugend wenn man alt ist hört sich gut an ich bin in meinem lager kann ich dir noch mal eine team einladung schicken ja gerne gerne ist ein schwachsinn aber dieses weil ich meine maus hier ich weiß ja ja und das ist so frickelig ja annehmen das ist wirklich das ist so ja die man da haben gesendet habe ich dir geschickt muss das annehmen gut danke dir ich will mal gucken was der gram darum rührt jackie graham oder wer altes ferkel auch der gram ist gut auch dieses fleisch aber ist auch nicht schlecht aber ich hätte auch gern das andere wieder gehabt das fand ich auch toll so morgen kommt die ankündigung der strahlenden drillinge und am sonnabend kommen die strahlenden drillinge leonie das hoch drei oder was am samstag kommt das raus ja 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 und nein ja und was bedeutet das jan nee aber ja ich hatte mit leonidas oder seine türen wer hätte die dann eingebaut niemand keine ahnung aber ich habe die eingebaut was hast du mit deinen teppichen gemacht ja die teppiche sind scheiße das finde ich auch aber sind ja ja aber ich muss sie noch mal neu verlegen aber ich muss dir ganz ehrlich sagen auf der anderen seite passt das ganz gut weißt du weil wir sind ja im ödland und so perfekt ist ein bisschen friedlich mit dem teppich aus dem atom shop hast du diese kostenlose tapete nicht mit genau weiß ich gar nicht wahrscheinlich nicht wenn du kannst du das tapizieren bei dir jetzt ja ja das tapete da kann auch die teppiche verzichten mal fußbodenbelag kriegst du demnächst auch kostenlos ja okay dann brauchst du da diese bescheiden teppich so scheiße ja du hast du mal teppiche fertig das ist scheiße ja aus dem haus ja ja jeden atom shop ist die fähigkeit weil ich guck gleich mal nach also bieten gerade an ja ja ich finde also ich finde das aufbau des lagers haben sie gut gemacht aber das teppiche verlegen das ist so ekelhaft ich habe das ausprobiert das ist richtig eklig vielleicht haben die das mittlerweile besser gemacht ich habe das seitdem nicht mehr versucht aber ich hau den teppich trotzdem raus der gefällt mir eigentlich nicht so ich sage jetzt nicht fußbodenbelag nee atome wie viele atome hast du dann kauf dir doch hellholzlaminat statt diese scheiß teppiche zu verlegen dann hast du diese kappe hellholzlaminat dann hast du richtig richtig vernünftig fußbodenbelag oder linoleum über hellhämmern lang laminat ich will die treppe haben die walltreppe für 500 atome der die tapete verkloppen sie nicht mehr die ist weg okay da hast du nicht aufgepasst jung das passiert da ist es kommt ja immer wieder was neues nach alles ist ja wahnsinn das ist ja alle um ja aber dann nimmst du lieber das laminat das sieht doch besser aus ja 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 mache ich auch macht dann muss so jetzt habe ich wieder wieder hieb und stichfest rein super wichtig ja doch tapeten aber jetzt müsst ihr noch anbieten bei tapeten ok warte muss mal gucken dann mache ich eine boden weg aber ich bin jetzt bisschen ja okay ich mache das schnell so ich mache das schnell alles weg hier aber das weg so was ist das für ein name 28 bier heute das war schon geil hast du kaufen noch nicht ne noch nicht ich meine laminat fußboden er noch nicht hast du noch nicht gesehen dass sie im scheißhaus hier aufs dach gestellt hat er habe ich gesehen ich schmecke ich schmeiße es weg kann ich es überhaupt wegschmeißen jetzt kann ich ja nicht weg bauen kannst du das gehört jetzt hier genau das gehört hier weil du das jetzt einmal abgebaut hast darum das muss nur eine abbauung alles gut würdest du jetzt maximal ich kann es glaube ich herzen sumpfers können doch machen dann habe ich noch ein paar ip ich kann gar nichts machen das kann nur der besitzer hast du hier keine keine kumpels hier drüben welche kumpels na freunde oder feinde kaum ist eine gute gegend ja ne ist eine gute gegend gut dann geht das warte mal ich brauche glaube ich ja ich habe hier einen sockler gefunden sag mal ich habe 45er munition gefunden ja hat er Luft hat er doch könnte der alten jetzt in den arsch schießen der kann aber nur zwei ja freundlich aus büttel 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 ach ja wo was was war das für die licht das hat keine ahnung ich kenne das nur unter folgendes hat piffl gut das war mal ein computerspiel da war die melodie ja die melodie kannte ich wenn martin gut findet ist er der hat keine fenster drin da brauch ich ja nicht ich hatte das komplett fertig ich hatte das alles eingerichtet im stühlen alles bett habe ich baut das jetzt wiederum so ein zeichen das verfahren zweimal ein häppchen einmal hier beim beim station pleasant valley ich brauche nur ein paar punkte was lust oder ganz oben also ich war so ist keine ahnung kann ich machen aber ich komme jetzt ich wollte nur so ein bisschen wieder ich bin da schon sachen einfach nur den fleisch spieler drehen glaube ich aber sind kaum noch leute da ich weiß nicht ob uns das gelingt ja dann bringt es ja nichts schaffen wir nicht dafür brauchst du mehrere dieses fleisch habe ich würde sehr schön also ich habe hier alles ist das gefährliche panik dingen hier ist wieder da wo diese mir ist schon klar dass du eine villa hast aber ich habe alles was ich brauche in meinem häuschen ich bin hier ist wieder da wo diese komischen jaguars spawn ja ich muss meine villa machen deswegen ja 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 und ich habe alles ich meine ich habe alles zum reparieren dann habe ich was zum essen machen dann habe ich zum schlafen dann ich habe alles was ich brauche ich habe alles was ich brauche kurses her entschuldigung warte mal wo bist du denn 111 jaguars kommen ja da bist du alles klar komme ja komm jetzt so ja jetzt habe ich aktiviert und nichts gemacht hatte noch mal jetzt aber jetzt aber ha 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 so aber jetzt mache ich auch so langsam feierabend nein das war ich noch und dann ist auch feierabend ja ja ich muss auch wieder morgen früh raus arbeiten ja ich zum glück nicht ist alles schön und nett aber level aufstieg aufstieg sehr gut so so schwelzern boss der müllmine einmal mehr hier unten oder sie oder es ist wasser geflüchtet vor lauter schild ist das master assassin ring ist klar sehe ich nicht ach schon wieder was für einen doppelagenten nee nee brauche ich meine hilfe ein bär hat mich umgehauen wo bist du denn ja unten ja warte 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 ich muss erst mal gucken wo du bist da du hä ich sehe nicht ich spritze jetzt ein in den nacken ja nicht ob es psycho ist die spinner klappe nicht das ist es nicht gesehen oder was hier ich 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 Vielen Dank.